hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von adventskalender level up mit dem peter rick hallo und heute das sehen wir so und jetzt gucken wir direkt mal roh du siehst genauso aus wie ich war witz weil farbe eine brille jetzt hat heute gucken uns tag 20 an die aufnahme ist schon lang genug und du musst scheißwitz in der lecke ziehen hier aber ich war doch nicht aufs klo war ja eben aber so benny blau 20 22 excuse me dadurch dass shiny dragon shiny im namen hat sehr gut positiv eingestellt scheiden gegenüber chicken ja wo die melone oder so steht da wachsenberry honey du merlen er ist wahrscheinlich ohne honey du Scherenball? Man kennt's, ne? Mountain Dew? Ja. Alter. Oh, nee. Ah, jetzt. Komplett Honig. Oh, nee. Also erstmal war es ein richtig komischer Geruch und dann hat er sich einen Honig... Komplett Honig, oder? Oder was machst du? Ja. Boah, ist das ekelhaft. Nee, ist intensiv. Alter, das... Ja, wobei, geil ist es auch nicht. Das wird... Das wird... Aber Patty sieht genau so aus wie das... Das wird der Nachfolger von Cookie Dough bei mir. Wahrscheinlich. Wenn das jetzt nach Hähnchen schmeckt... Also Cookie Dough haben wir ja eine 2 gegeben. Ich glaube, das hier wird jetzt eine 1. Nee, macht Spaß, wenn wir eine 1 geben. Eine 0. Eine 0. Wir shaken jetzt mal wieder. Das ist offen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Boah, das hier stinkt! Das ist überall nach dem Zeug! Ja, komm, komm, ja... Ich mal. Hö? Ja! Ihr stinkt es überall nach dem Scheiß! Aber das Zeug selber stinkt nicht mehr. Oah, das ist überall hier! Ich schlag schon ein bisschen bei denen rum, das Ding! Oh, es ist wieder weiß! Es ist weiß-bläulig! Nee... Ja, es ist... Ah, Fabian... Wie war das in der letzten Folge? Alles, was weiß ist, schmeckt nicht? Ja, aber das ist ja nicht weiß. Aber vielleicht... Es ist gemischt mit weiß. Boah, ich mag diesen Honiggeschmack gar nicht! Echt? Ich find's so schlimm! Boah, ist eklig! Nee! Boah, wobei, so ein bisschen Nachgeschmack-Honig... So extrem Honig! Boah, dieser Geruch hier überall! Es merkt mich gerade richtig! Ich geh doch schon mal auswaschen! Nein! Meine Bewertung wird eine 1,5! Wirklich? Ja! So schlecht! Also ich kann's runterschlucken! Also Cookie-Doh war ja eine Null! Also das ist schon schwierig zu toppen! Und man echt nicht schlucken! Cookie-Doh! Also, ja! Set! Mot! Ähm... Und... Das hier ist irgendwie... Also ich kann's runterschlucken, aber es ist schon... Ohne Scheiß! Ohne den Honiggeschmack wäre das viel geiler! Ja! Das wäre ein richtig geiles Getränk ohne den Honiggeschmack! Dann wäre es einfach nur Blaubeere! Ja, aber mit irgendwas anderem noch drin! Aber das... Wir kämen schon in Richtung Shiny! Schwecken! Vielleicht haben wir auch ein bisschen rohes Hühnchen reingepackt! Wer weiß es nicht, ne? Echt! Aber egal! Wir sehen uns morgen bei der 21 wieder! Hauen rein! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Boah, alles stinkt danach! Ich schwör's dir! Bah! Wenn mein Müll danach stinkt, ne? Ich hätte ja ganz gerne den Müllgeruch! Nicht den Scheiß! Ich hätte gern den Müllgeruch! Ich hätte gerne den Müllgeruch! Untertitelung des ZDF, 2020